Herzlich willkommen hier auf der größten Geburtstagsparty Berlins auf der IFA 2015. Happy Birthday, Magenta 1. Pünktlich zum ersten Geburtstag startet die Telekom ihre neue Tarifoffensive. Es gibt mehr Speed, mehr Volumen, mehr Fairness, mehr Familie und mehr Service. Magenta 1 ist mehr als nur ein Tarif. Magenta 1 ist eine Philosophie. Wir wollen Kunde wirklich bedienen mit alles aus einer Hand. Mit den Magenta-Mobiltarifen erhalten unsere Kunden ab sofort spürbar mehr Geschwindigkeit. Wir werten die Magenta-Mobiltarife deutlich auf in den Tarifen S und M, zukünftig mit LTE bis zu 150 Megabit pro Sekunde. Der IFA-Stand in diesem Jahr richtet sich an die Großen, aber eben auch an die ganz Kleinen. Mit den neuen Starterifen wird wirklich die ganze Familie angesprochen, oder? Von groß bis klein, das Ganze sicher und flexibel, mit voller Kostenkontrolle, keiner Vertragslaufzeit und die Möglichkeit jederzeit die Eltern anzurufen, selbst wenn kein Guthaben mehr auf der Karte drauf ist. Das hier ist das neue Puls, das erste Telekom-Tablet für jedermann. Im Grunde die Steuerungszentrale für sämtliche Produkte von zu Hause aus. Was kann ich damit alles machen? Ja, du kannst deine Telefongespräche davon annehmen, du kannst deine Mailbox abrufen, deine E-Mails damit abrufen, Smart Home steuern, Heizung hoch und runter, Licht an und aus und natürlich Entertain steuern, Programme wechseln. Das ist doch echt klasse, oder? Und wer hier auf der IFA ein bisschen Sport machen möchte, der kommt einfach zu uns in den Telekom-Open-Air-Bereich. Bis ich treffe, allerdings dauert das, glaube ich, jetzt nochmal zwei Minuten. So, klein der Korb, oder?